Hey, süßer kleiner Freund! Es ist wirklich seltsam, aber eines Tages wirst du groß und beängstigend sein. Mit dieser Fernsteuerung gestohlen von Professor Rachid können wir diese Tiere in Ries verwandeln. Wir werden den allerbesten Tag im Zoo haben, Morphel. Ja! Lila, Morphel, die Banditen verwandeln alle Tiere in Giganten. Oh nein, wir müssen ihnen die Fernbedienung wegnehmen. Morphel, verwandel dich in einen Superhelden. Ich bin der Gebt uns die Fernbedienung, Banditen. Bei euch pieps wohl. Ja, zappt sie. Oh oh, das war wohl nicht so schlau. Wir kommen zurück. Tom, lass uns jetzt die anderen Tiere zurückverwandeln. Da ist der Pinguin. Toll, weiter geht's. Da bist du ja, Löwe. Weiter so, Muffet. Hi, Affe. Lass uns dich zurückverwandeln. Hi, Zoo-Berter-Kennens. Wir sind zurück. Toll. Aber, oh nein. Ihr seid ja so klein jetzt. Aber ihr seid immer noch tolle Tiere. Hä, 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 Hä. Untertitelung. BR 2018